Es existiert in Deutschland eine Schere zwischen Arm und Reich. Guten Morgen, heute ein Ansatz den es interessanterweise mal zu verfolgen gilt. Menschen in Deutschland jammern für ihr Leben gerne. Und nein, das ist keine exklusive Krankheit der konditionierten Gesellschaft. In Rohkostkreisen oder in der ökologisch Veganszene wird genauso gejammert. Ich kenne sehr wenige Menschen die nicht jammern. Wir reden hier wirklich von jammern, nicht von sich mal kritisch Gedanken machen oder konstruktiv ausdiskutieren. Nein von jammern. Wie schlimm doch alles ist. Und ein Grund warum Menschen jammern ist das Geld. Da jammert der Reiche der in Deutschland ja so viel Steuern zahlen muss und eigentlich schon lange in ein Steuerparadies umgezogen sein müsste, genauso wie der Mittelstand, der sich quasi schon selbst aufgegeben hat und sich als schwerer Arbeiter proklamiert, der das Land noch am Laufen hält. Und da jammert natürlich auch der Arme, der kein Geld hat, das ist zu viel zum sterben und zu wenig zum Leben und es einfach zu nichts bringen kann in dieser Gesellschaft. Die Reichen und der Mittelstand bekommen in meinen Videos aufgrund ihres völlig durch Konditionierung verschrobenen Weltbilds schon oft genug den Finger von mir in die Wunde gelegt. Aber die Armen, die Menschen die wenig Geld haben, die entwickeln aus meinem Kanal oft so eine Komfortzone, weil wir dann einen gemeinsamen Feind haben, die böse Obrigkeit. Und da möchte ich heute etwas dagegen tun, um wirklich ALLEN Menschen die Chance zu geben auf meinem Kanal etwas angeregt zu werden. Kurz zu meiner Geschichte, damit man dieses Video auch gut einordnen kann. Ich bin in das was man hier in Deutschland als Armut bezeichnet, aufgewachsen. Damals noch in der DDR hatten wir zwar immer irgendwas zu essen und auch ein Dach über dem Kopf, aber dann hörte das schon auf, Kohleofen, keine neue Kleidung, im Badewasser hat man immer nacheinander gebadet, die ganze Familie und so weiter, was man durchaus als Armut bezeichnet. Dann habe ich dank der Konditionierung der westlichen Gesellschaft in der Wendezeit den Wunsch nach Geld und Reichtum entdeckt und bereits illegal Zeitung ausgetragen und damit meine ersten Groschen zu verdienen, bis ich irgendwann Ende der 20er Jahre ziemlich reich gewesen bin und auch noch Herzenslust verkonsumiert habe. Das bedeutet ich kenne alle Seiten und habe tatsächlich einerseits reale Erfahrungen in Armut und auch reale Erfahrungen in Reichtum gemacht. Andererseits habe ich auch unzählige Erfahrungen aus meiner Arbeit als Arbeitsvermittler und Beschäftigungen mit den Lebensgeschichten vieler Menschen die meine Beratung gesucht haben gemacht. Und hier nun das Rezept was aus all diesen ich Euch kredenzen kann. In Deutschland entscheidet einzig und allein die Intelligenz und der Fleiß ob man aus der Armut garantiert reich wird oder nicht. Das bedeutet nicht dass auch jemand der faul und dumm ist nicht auch reich werden kann. Und es bedeutet auch nicht dass jeder der intelligent und fleißig ist reich wird. Nein. Denn Intelligenz ist zwar einerseits wichtig um garantiert reich zu werden, aber Intelligenz katalysiert natürlich auch Bewusstheit und wenn Intelligenz mit Weisheit gekoppelt ist wird man gar nicht danach streben reich zu werden, nur eventuell als Nebeneffekt reich. Aber der Punkt um den es geht ist folgender. Ich kenne keinen einzigen Menschen in meinem Leben der intelligent und fleißig ist und reich werden will und innerhalb von 10-15 Arbeitsjahren nicht reich geworden ist. Keinen einzigen. Ich kenne aber unzählige die nach 10-15 Jahren nicht reich geworden sind, aber sich für intelligent und fleißig halten und sich beschweren, dass die Schere zwischen Arm und Reich einfach viel zu stark auseinander klafft, dass man gar keine Chance mehr hat reich zu werden. Die Problematik ist, dass diese Menschen sich belügen, sie sind entweder nicht intelligent oder nicht fleißig genug. Es gibt sicher auch immer Ausnahmen von der Regel wo man sagen kann, aber in 99% der Fälle belügen sich die Menschen und das muss man einfach mal so deutlich sagen. Ich gehöre auch dazu. Da gibt es auch schon ein schönes Video von mir wie ich mich fast jeden Tag belüge. Aber den Menschen die reich werden möchten, aber nicht erkennen dass sie nicht klug oder fleißig genug sind möchte ich heute trotzdem helfen. Also wenn ihr offensichtlich nicht reich werden könnt, dann habe ich eine gute Nachricht für Euch. Ihr müsst das auch nicht. Es ist egal ob ihr irgendwo eine Schere durch die Gesellschaft schneidet, die ihn arm und reich trennt. Du ist auf beiden Seiten nichts was ein zufriedeneres oder erfüllenderes Leben garantiert. Das ist wie die Tatsache ob ihr Mann oder eine Frau seid. Beides ist gleich gut oder schlecht. Es ist einfach. Wenn ihr Euch jetzt ärgert nicht reich zu sein, dann ärgert ihr Euch wenn ihr reich seid garantiert ihr mir irgendwas anderes. Wenn ihr Euch jetzt als Opfer seht, dann seht ihr Euch auch als Opfer sogar in der Rolle als Täter. Denn die Opfer der gesellschaftlichen Konditionierung sind genau die Menschen die durch Opferhaltung und fehlende Bewusstheit die Konditionierung am Laufen halten. Menschliche Grundtendenzen ändern sich nicht wenn man seine Bewusstheit nicht aktiviert. Opfer bleibt Opfer, Ärger bleibt Ärger, Trauer bleibt Trauer, Glück bleibt Glück. Schaut Euch in Eurem Umfeld um. Es gibt Menschen denen scheint die Sonne aus dem Arsch zu scheinen, die grinsen immer, denen gehts so gut. Aber es gibt Menschen die haben die selben Umstände, die sind hoh traurig, aber das sieht man nicht, weil man selber selektiv schaut und sagt, denen gehts viel besser. Und das ist die eigene Unzulänglichkeit. Aber deswegen seid ihr doch hier mit mir auf diesem Kanal. Habt ihr ausreichend Essen, habt ihr ein Dach über dem Kopf, lebt ihr ein Leben in Liebe zu anderen Menschen, dann habt ihr alles was ihr braucht um zufrieden zu sein, in ein erfülltes Leben zu leben. Das war's. Das war's. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020